Wenn du älter als 10 Jahre alt bist, dann solltest du folgende Fragen richtig beantworten können. Wenn nein, dann hast du ein Problem. In welchem Disney-Film spielt Elsa mit? Auf Deutsch wäre es die Eiskönigin und auf Englisch Frozen. Wer ist sie? Vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber es wäre natürlich Mia Khalifa gewesen. Was ist die Grundlage für die Dipping-Soße Guacamole? Es wäre die Avocado gewesen. Mit Hilfe welcher Strahlen kann man Knochen sehen? Das sagte der Arzt ab und zu, wir müssen mal wieder ein M-M-M machen. Es wäre die Röntgenstrahlung. Wie viel Gramm sind in einem Kilogramm? 110? Es wären 1000 Gramm. Wie viel wusstest du?